Hallo und herzlich willkommen zum ersten Gameplay mit der Asval auf der Map Parkside. Die Asval ist eine ziemlich gute Waffe im Distanzkampf. Sie schießt auch relativ schnell und ziemlich genau und deswegen habe ich mir Parkside ausgesucht, weil es da ziemlich gute Distanzkämpfe geben kann, wie man natürlich auch noch im Gameplay sehen wird. Das war es natürlich auch schon wieder. Ich wollte nur einmal ganz kurz etwas dazu sagen. Und deswegen viel Spaß noch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.